Seit Jahrhunderten haucht die Fürstenfamilie Lippe dem Detmaller Schloss Leben ein. Stefan Prinz zur Lippe ist inzwischen das Oberhaupt des Hauses. Hinter den Mauern führt der Prinz mit seiner Frau Maria, Prinzessin zur Lippe, Hund Alfie und fünf gemeinsamen Kindern ein fast normales Familienleben. Doch wie ist es eigentlich, in einem Märchenschloss zu leben? Es ist natürlich auch etwas sehr Besonderes, in diesen Räumen zu leben und auch diese Räume zu verwalten und sich um sie zu kümmern, sie zu pflegen, weil diese Räume sprechen natürlich Geschichte. Auch die Bilder, die man hier drumherum hat, sprechen Geschichte. Und wenn man sich dafür interessiert und sich davon begeistern und anstecken lässt, dann ist es schon ein großes Privileg, in einem solchen Haus zu wohnen. Jeder Hausherr hat hier seine Spuren hinterlassen, so auch Stefan Prinz zur Lippe. Mit der Gestaltung einer hochmodernen Küche hat sich das Prinzenpaar einen langersehnten Wunsch erfüllt. Das Zentrum des Familienlebens ist einer der neuen Akzente, die das Moderne und das Alte perfekt miteinander verbindet. Wir, das machen meine Frau und ich gemeinsam und meine Frau ist da auch sozusagen die Promotorin. Also hier zum Beispiel das Blau, anderer Raum Grün, weiterer Raum Bordeaux Rot. Neue Bezüge, auch farbige Bezüge hier reinzubringen. Also Farbe, würde ich sagen, ist ein wesentliches Merkmal. Im Schloss wimmelt es nur so von geheimen Ecken und wundersamen Plätzen. Zwischendurch muss das Paar auch mal per SMS kommunizieren. Schließlich kommt es vor, dass man sich auf so großer Wohnfläche verliert. Meist weiß die Prinzessin aber, wo sie ihren Prinzen findet. Ein alter Kellerraum, tiefen Gewölbe ist einer meiner Lieblingsplätze. Und im Garten haben wir Lieblingsplätze. Da halte ich mich auch sehr gerne auf. Prinz allein sein ist nicht genug. Das Oberhaupt des Schlosses hat auch einen bürgerlichen Beruf. Als Rechtsanwalt verwaltet Stefan Prinz zur Lippe seine eigene Kanzlei in Detmold. Ein ganz gewöhnlicher Arbeitsalltag ist damit verbunden. Und auch das Freizeitprogramm der Fürstenfamilie scheint gar nicht so anders zu sein. Typischer Freitagabend sieht entweder so aus, dass man Tatort, Tatort läuft Sonntag, also ein Krimi, der am Freitagabend im Fernsehen läuft, schaut oder aber Romy Cup oder andere Spiele mit der Familie spielt. Geschichte ist eine Leidenschaft des Prinzen. Genauso fühlt er sich auch dem Vermächtnis seines eigenen Hauses verpflichtet. Doch mit dem Erhalt des fürstlichen Erbes folgt auch große Verantwortung. Für den Prinzen war immer klar, die Tradition und Verwaltung des Schlosses aufrecht zu erhalten. Obwohl ihm diese Entscheidung in jüngeren Jahren nicht immer leicht gefallen ist. Ich habe immer versucht, und meine Eltern haben es auch gelassen, mich austoben lassen. Also ich habe ein Jahr in Amerika studiert und das ist mir schwergefallen, aus Amerika wieder zurückzukommen. Ich habe ein Jahr in Paris Referendarzeit gemacht und es ist mir auch schwer, aus Frankreich wieder zurückzukommen. Diese Momente sind mir eigentlich schwer gefallen. Aber mich haben auch so viele schöne Dinge dann hier erwartet, dass ich das auch wieder schnell vergessen habe. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2015 hat Stefan Prinz zur Lippe sein Erbe angetreten und ist mit der Familie wenige Monate später ins Schloss gezogen. Genau wie Armin Prinz zur Lippe trägt er von hier aus zum Erhalt des historischen Erbes bei. Man ist lange in die Fußstapfen getreten, aber die Fußstapfen meines Vaters haben auch geendet einfach, sodass man auch dann eigenen Weg gehen muss und den inneren Kompass, den der alte Herr hatte oder den die alten Vorfahren hatten, diesen inneren Kompass irgendwo beizubehalten und in dieser Richtung weiterzugehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Diese innere Einstellung will der Prinz zu seinem 60. Geburtstag jetzt auch mit in sein nächstes Jahrzehnt nehmen. Ich denke eigentlich an jedes Jahrzehnt gern zurück. Jedes Jahrzehnt hat irgendwie so seine Höhen und Tiefen gehabt und ich glaube auch, dass das kommende Jahrzehnt so jetzt nicht schlechter wird als die vorangegangenen. Dass man einfach sagen kann, jedes Jahrzehnt hat seine tollen Seiten gehabt und das hoffe ich, wünsche ich mir auch für das kommende. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!